Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandra's Backideen. Normalerweise haben wir freitags immer unseren dicken Tortentag, heute aber nicht. Der Sommer naht und wir wollen noch die ersten Sonnentage genießen und nicht in der Küche verbringen, oder? Wir backen heute einen einfachen, schnellen Kuchen, also ganz ohne Sahne und Gelatine und so weiter. Wir brauchen nur ein paar Zutaten, die eigentlich jeder zu Hause hat. Dazu noch Ananas und Kokosraspel. Klingt ein Ananaskuchen sauerlich für euch? Dann bleibt doch einfach dran. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und deutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den Sommerkuchen brauchen wir 150 Gramm Butter, 120 Gramm Zucker, zwei Eier, 300 Gramm Mehl, 50 Gramm Kokosraspel, 10 Gramm Backpulver, 50 Milliliter Ananassaft oder Ananaslikör. Da unser Kuchen für Kinder ist, nehme ich natürlich Ananassaft. Und dann brauchen wir natürlich auch noch eine Dose abgetropfte Ananas. Zuerst wird die weiche Butter mit dem Zucker cremig gerührt. Das dauert etwa zwei Minuten. Wenn die Butter weiß cremig ist, rührt ihr die Eier einzeln unter. Als nächstes werden Backpulver und Mehl miteinander vermischt und dann löffelweise zu Butter Eiermasse gegeben. Danach kommt der Ananassaft bzw. der Ananaslikör dazu. Zum Schluss werden noch die Kokosraspeln untergerührt. Nachdem der Teig fertig gerührt ist, müssen wir noch die Ananas klein schneiden. Ihr könnt auch ein oder zwei Scheiben mehr in den Teig geben. Ihr müsst ja nicht so sparsam sein wie ich. Die Ananaststücke kommen auch in die Schüssel und werden untergehoben. Nun bereiten wir noch unsere Backform vor. Sie wird eingefettet und mit Semmelbröseln bestreut. Die Semmelbrösel sorgen dafür, dass der Kuchen nachher leichter aus der Form kommt. Falls ihr keine Semmelbrösel habt, könnt ihr auch Mehl oder Grieß nehmen. Wenn ihr den Teig in der Backform habt, wird er noch glatt gestrichen. Den Kuchen backen wir bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Kuchen stand 60 Minuten im Ofen und ist nun abgekühlt. Ich kann ihn jetzt mit Zuckerguss bestreichen und mit Kokosraspeln bestreuen. Seid am Anfang mit der Flüssigkeit etwas sparsamer. Nicht, dass euch der Guss zu dünn wird. Wir sind keine so großen Zuckergussfreunde, deswegen ist unser Guss auch nicht so dick. In den frischen Zuckerguss streuchle ein paar Kokosraspeln rein. Nun muss der Zuckerguss nur noch trocknen und dann ist der Kuchen fertig. Ich habe noch etwas Minze und Anna ist oben drauf gelegt und nun können wir den Kuchen anschneiden. So sieht man Ananas-Kokoskuchen von innen aus. Wir haben einen Rührteig mit Kokosraspel und vielen Ananas-Stücken. Schon nach fünf Minuten rühren ist er bereit für den Ofen. Wenn euch mal ein schneller Sommerkuchen gefällt, findet ihr das Rezept für immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. DER 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 D